Wo ist denn der Hexenmeister? Oh, so geil. Wir haben Hexenmeister in TTT, krass. Wo ist der Hexenmeister? Der ist gestorbener Hexenmeister, der ist irgendwie aus der Gruppe gerannt. War der Traitor? Ja, wahrscheinlich. Moos Hexenmeister sind immer böse. Oh Gott, ich komm immer nicht auf diese Scheißleitern klar. Ich hab fast runtergesprungen. Ah, da hinten ist einer im Haus. Im Haus? Geradeaus. Ich koche nur. Ja, du bist ja auch eine Frau. Wut! Nein! Das sah so geil aus. Das sah so geil aus. Oh Mann, ich bin tot. Ich bin bald fertig. Guck mal, Mr. Morgan... Nein, was? Ich stand sogar hinter dir. Der hat voll gewartet. Und dann tustest du mich auch noch. Und da hangen auch die Leiter an der Wand, oder? Ja, ja. Du hinkst hier, so. Und sowas nennt sich der Chef. Hä? Aha! Da schießen wir aus. Nein! Rotpilz ist Traitor. Der muss Traitor sein. Er hat mich reingelockt. Ich ertrinke gerade. Ne, der Kriegsmeister Wuhne ist Traitor. Der greift unsere Gruppe gerade an. Der kann nicht zu uns gehören. Er wollte mich in diese Falle locken. Lebt Rotpilz noch? Er muss leben. Lebt noch. Ich lebe auch noch. Aber ich komme nicht mehr raus. Mach die Tür auf. Danke. Ja, ich bin noch beim Tester. Was ist denn los? Irgendeiner ist hier in der Wand drin. Wer ist hier? Rotpilz? Ne, mehr Mo... 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 Ist immer noch bei mir Mo... Lalalala... Was ist das denn? Kommst du zum Tester? Also ich frag mich da nicht raus. Ich frag mich wo der ist. Wo wer er ist? Ja, also du hast mir den ja gezeigt. Aber ich weiß nicht wo er ist. Der ist an dieser Falle vorbei. War es doch nicht gerade drin? Ja klar. Aber da wurde ich dann festgehalten in der Falle. Ja, also ich komm nicht raus. Ich hab keinen Bock in die Falle zu laufen. Er war schon an die Falle. Ja, wieso? Ah, okay. Dann kann ich dich ja erschießen. Natürlich. Ich überlegs mir, ob ich dich erschieße. Will Traitor nicht. Was ist das Traitor? Nein, ich bin beim Tester. Ist da echt ne Traitor-Falle bei diesem Pool? Ja, das ist wirklich ne Traitor-Falle. Ja, ich ertrinke gerade. Einer hat die ausgelöst. Wenn... Jetzt ertrinke ich gerade. 70, 55... Mr. Morgan, aktivier mal die Traitor-Falle. Und dort. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Okay, ich glaub ich... Ihr würdet mich doch sehen, ob ich da bin. Ich bin doch... Sonst wär ich ja beim Dingens. Sonst wär ich ja beim Eingang da. Ich bin grad bei einem Pool und da ist irgendwie niemand. Und... Mr. Morgan, ich vertrau dir mal einfach. Debitor ist tot und wurde von der Traitor-Falle getestet... Also ich bin hier draußen. Weil wer ist das? Da wer ist das? Maudado, ich bin bei dir. Maudado. Ja? Wo? Ich bin hier. Ich bin hier. Hm? Ja, wenn Debitor wirklich tot ist... Entweder hat Debitor so getan als stirbter oder du bist Traitor. Nein, ich bin kein Traitor. Fuck! Ich hab das so gut gemacht! Wer ist das? Hat sich Zumbill beschwert, dann hab ich sie gescht. Wunderlich. Das ist 100 pro Mr. Morgan. Ich werde mich öfters beschweren, wenn die Leute dann alle ihre Videoflischt. Haha. Nein. Äh... Ich hab... Also... Die noch nicht in der Aufnahme. Dann beschwör dich. Mr. Moor ist es. Mr. Moor ist es. Mr. Moor? Warum? Ja, weil er direkt auf mich geschossen hat. Okay, dann löschen wir die 10.000. Ich hab das nicht mal getroffen. Ja, du hast mich nicht getroffen, siehst du. Du hast gerade sogar gesagt, dass du mich abgeschossen hast. Ja, aber... Äh... Debitor, schießt auf mich! Debitor, Debitor! Debitor! Ich? Er hat zu viel Poker gespielt und ist aggressiv geworden. Nein, ich bin's wirklich nicht! Nein! Okay, ich glaub dir, ich glaub dir. Bitte, ich bin's wirklich nicht! War Jorgen, du machst mich grad richtig traurig. Was? Ich hab hier noch zwölf Stäben! Und das ist jetzt... Hallo? Hahaha! Hahaha! Was macht ihr da? Ich will auch Spaß haben! Sorry, Mr. Moor, das musst du sagen. Das war einfach zu geil! War jetzt Traitor oder nicht? Nö! Wäre Runde vorbei. Ja, der hat einfach zwölf HP und hab ihn mit der Crowbar getötet. Ohhhh! Ja, okay, er ist wieder... Das Kichern fängt wieder an, also das ist irgendwo in meiner Nähe. Der Kicherradar geht wieder los. Nein, der wär nur fast vom Auto überfahren worden. Danke! Bin einmal wieder da. Er ist mittlerweile woanders. Woanders? Ja! Thomas, anders? Oh! Hahaha! Scheiße, war der da um die Ecke! Was? Wer le... Das ist nicht dein Ernst! Ah, ich bin tot! Aber hey, warum ist das nicht zu Ende? Das war zu Ende! Ich hab gerade einen gesehen, aber der ist auf einmal weg und ich bin... Oh ja, okay! Ja, ich hab einen Schuss gehört und seitdem... Ja, also ich möchte mich nicht mit dir testen, weil ich hab Angst, dass du dann das Ding das auslöst, jetzt wo ich dir das gezeigt hab. Na komm! Nö, ich komm nicht mit dir da runter! Ich hab Angst! Müsst du mal gehen, weil du hast doch nicht geschossen! Kann ich dir vertrauen? Peter? Nee, okay! Ich hab mir in die Luft geschossen, Maudato! Dann ist Peters Traitor, der hat's grad zugegeben! Nö, nö! Ich hab das Glas verschossen, Maudato! Ich wollte auch dadurch! Ja, aber das Glas war doch schon kaputt, wenn ich's kaputt geschossen hab! Ja, aber nicht für mich genug kaputt! Ich wollte's kaputt wieder haben! Das ist so eine schlechte Ausrede, aber sie ist so witzig, dass ich dir einfach glaub! Jaaaaaaah! Jaaa! Beides! So geil! Jaaa! Jaaa! So geil! So geil! Jaaa! Oh, da ist er ja! Guck mal! Ich seh Mr. More Game! Mr. More, kann es sein, dass die Schwarzfelsspitze irgendwie ziemlich lang ist? Natürlich! Das ist die nächste Instanz somit! Ist mega lang! Ich merk schon, weil wir irgendwie nicht zum Ende kommen! Oh, da ist er knapp! Boah! 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 Das war ohne Kack! Das war jetzt an Esse! Das war jetzt wirklich! Ey ohne Kack! Das war jetzt nicht extra! Wirklich! Das war nicht extra! Na jaaa! Na jaaa! Er ist jetzt im Richter, du Huansohn! Ne, also ich versteck mich jetzt! Ne, tschüss! Wir lassen die Melone entscheiden! Die Melone! Oh, das war knapp! Das wär ich überfahren worden! Mr. More Game! Oh, das hört mich nicht so! Ich bin halt auf der... Ich bin halt auf Verfolgungsjagd! Nein! Nein! Die Melone tötet mich! Nein, sie ist tot! Ach, sie liegt noch! Oh, ist das geil! Mr. Moregame! Mr. Moregame! Mr. Moregame! Mr. Moregame! Mr. Moregame! Is traitor! Er tötet mich! Ich war das nicht! Ich schwöre es dir! Ich will euch auch töten! ich schwöre ist jemand dadurch war es nun mal trinke ich dann gerade die melone wird mich rennen da lachte doch verboten das wird einer im twitter test da was oder in der falle besser gesagt er ist ertrunken ich kann ihn sehen also entschuldigung war nur der flex hat mir doch auch gesehen und gesagt er ist trunken er wird passt leider aber irgendwie passt im tsch aber ich weiß nicht eingebe ich habe eine scheiße dafür dafür ist besser drin ist was auch da brennt jetzt ich habe angst da durchzulaufen weil dann fängt er mich und ich kann nicht mehr gerade ist auch zweimal da kann man kann es einmal abbrechen falls ein trader drin ist einmal kann man es abbrechen weil die türen sind ja auch nicht auch wieder aufgegangen als er drin ist das hätte wir ausrennen können er musste hin ja hier ist ein geheimgang drin ich warte ich werde ihn finden er ist sicher dahinter es ist eine coole welt mit dem auto da ist er auch nicht geil ja peter aber warum habe ich keinen bock drauf und so ich kann jetzt durchlaufen oder was muss mal versuchen naimi traue mich nicht genau oben wie du gehst nach oben ich geh hoch du musst ja auch nur noch eine minute zeit ich hasse diese leitern du bist nicht oben scheiß was radar benutzt nein nein kacke du sagst dann ich hasse diese leitern und in dem moment stehe ich an der leiter also er hat mich erwischt so geil ich bin innocent du bist wirklich innocent ja sonst hätt ich dann auf dich geschossen wenn du alleine mit mir soll ich dir zeigen wo der trader tester ist ja ich bin bei rotpiss wenn ich nichts mehr sage ist rotpiss der böse wenn ich auch nichts mehr sage dann ist es jemand wir spielen mit trader tester bei so wenig nein wir spielen nicht mit trader tester aber da ist auf jeden fall der tester das will ich ihm ja nur zeigen damit er die map kennt so geil jo so geil so geil so geil so geil jo so geil jo bei mir war jemand ich hab aber zu namen nicht gelesen so geil jo das ist schon ein besteller graffiti oh ja so geil hat jemand gemalt so geil jetzt musst du hier aufpassen hier musst du aufpassen weil hier sind ganz viele autos und die können nicht umbringen ich seh dich nicht wo bist du ja geh einfach raus nach rechts so geil am besten am rand hier gehen okay es ist mr moore mr man halt einfach nur rupis auf moon und komme ich hoch ja weg da er hat sich einfach er hat einfach niemand hochgejagt einfach die gente es hat teile sind Du kannst das, wenn ich ertötet werde, wenn die Runde vorbei ist. Dafür bin ich gar nicht wie ein Sieger. Noch 10 Sekunden, dass ihr einen töten könnt, wo seid ihr? Da, komm her, komm her, komm her. Hä, wo warst du denn jetzt? Ja, besonders, dass wir die Einzigen, die sich darüber beschwert haben. Ja, ich hab mich auch drüber gemacht. Jetzt haben wir überfahren, komm her. Nee, Manu, Manu muss einfach töten. Oh, 7 und 8. Da kommt Mr. Moor. Wir hatten da gehauen, wir hatten da gehauen. Mr. Moor. Ich weiß, der Womme nicht. Mr. Moor hat mich sogar geschlagen. Da ist noch Mr. Moor. Komm runter, Mr. Moor. Alle jetzt mal da rein. Drückt mal alle an die Wand. Drückt mal alle an die Wand, Mann. Hi. Peter, komm. Komm. Komm, Peter. Peter, komm runter. Peter geht wieder hoch. Komm, Peter, nicht schüchtern sein. Ey, Peter, Peter. Komm einfach hier rein. Da oben. Wir gehen jetzt alle in die Wand. Peter kommt nicht, Peter kommt nicht. Peter. Peter, komm rein. Ja, okay, warte. Ich komm rein, ich komm rein. Ich find das bestimmt tot. Nein, nein, nein. Hier stirbst du ja nicht. Da schießt jemand, da schießt jemand. Loor, Mr. Moor ist so anders. Ich dachte erst 12. Alter. Jetzt alle rein, los. Okay, also er ist, ähm, also... Wir haben doch gesagt, keiner schießt. Ich hatte noch 30 Sekunden. Hauptsache keiner, Hauptsache keiner hält. Peter, ich nehm deine Leiche mit. Ich nehm deine Leiche mit. Hoffentlich bist du dann ein bisschen glücklicher. Genau, und häng sie an die Wand. Häng sie an die Wand. Moor. Okay, es war so klar. Oh, Mann. Es war so klar. Ich hab's mir die ganze Zeit gedacht, aber ich hab... Ich hab mir schon gedacht, dass du das warst. Du wolltest alle in einem Raum haben, aber... Ich dachte die ganze Zeit, dass es so glücklich war. Aber ich war mir so unsicher. Ja. Ich wusste, ich dachte die ganze Zeit... Du Randomkiller, du. Du Randomkiller. Ja, Randomkiller. Ich wusste nicht so von der Gruppe abgesondert, und dachte die ganze Zeit, du bist, äh... Boah, voll der orange Raum, ey. Geil. Yolo. Ohne, nicht ohne. Ey, er hat direkt auf mich geschossen. Äh, der Oma am Dach. Ja, Oma... Ich hab nur noch halbes Leben. Oh mein Gott. Ich hab nur noch halbes Leben da oben auf dem Dach. Das war Mr. Moor oder so. Also der ist gerade hier am Autofreck. Achso, dann ist es den Manners. Wer ist nicht bei uns? Wer ist nicht bei uns? Ich bin hier. Dann ist Peter, der war da oben auf dem Dach. Und der hat mir auch gerade eben gezeigt, wie man oben aufs Dach kommt. Oh Gott. Ich hab nicht nach rechts und links geguckt. Fast wäre ich überfahren, Mann. So ist das nun mal. Aua! Hier schießt noch auf mich. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Der hat so eine Druck... Ah, Scheiße. Der hatte so eine Wegstoß-Waffe. Newton-Launcher. Oh Mann, hör auf, wie sie sich schießen, Mann. Oh Mann, da war immer Traitor und so schön tot. Nur weil ich dein Kopf nicht erwischt habe. Ich wollte nur beide auf Lohabher runterziehen. Ich bin fertig, ich kann kommen.